Ja, hallo und guten Abend vor allen Dingen, oder guten Tag. Ich melde mich jetzt direkt hier aus Zimmer 104 auf dem Rosenberg. Es ist so, auf vielfachen Wunsch einer einzelnen Damen sollte ich meine funktionierende Luftmitarre umregend vorstellen, Luftgitarre, teilweise aus Luft, das sieht man hier, und teilweise natürlich auch Licht, das ist hier das, spielen verschiedene Lieder, wo man dann sich einmal beteiligen kann, zum Beispiel Smoke and Quarter oder auch Wieners, Minus. Und man kann auch frei spielen, ja, zu viel zur Theorie, da ist noch ein Herr, der zählt dann automatisch auf Englisch, aber Englisch ist ja die Limoa Franca. Genug in der Theorie, hier die Praxis. One, two. Ja. 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 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Ich habe jetzt vergessen, welchen Knopf man da drückt, aber ich habe es schon getan. Nun gut, wichtig meine Sachen, Musik, Kreativität, schöne alte Weisen, wie Smoke on the Water zum Beispiel. Wichtig, Gesang, Singen und all diese Dinge, wo man singt, da lass dich ruhig nieder, weil böse Menschen, die haben zumindest ganz andere Lieder. Ja, vielen Dank und bis zum letzten Mal. See you.